Intro 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 Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Summon Video. Ja, für die Leute die mich auf Twitter verfolgen ich hab mein Account zurück. Gott sei Dank. Ähm, so Mir ist zwar jetzt ein bisschen zu spät weil er nicht mehr so aktuell ist, aber ich will den Ultimate Gohan Banner sammeln Hat aber eigentlich nur zwei Gründe. Erstens, ich hätte gerne den Ultimate Gohan Der ist der Hybrid Saiyan Kategorie Leader und deswegen will ich ihn haben Rage Trunks will ich nicht, den hab ich 100% Super Saiyan 3 Vegeta will ich eigentlich auch nicht, aber den Duke wäre jetzt okay und wegen den sammle ich Super Saiyan Ihr wisst ja, ich hab ja bei dem in seinem Banner ihn nicht gezogen obwohl ich Endliches Steine rein geballert habe Wobei, bei, wobei es ging eigentlich Dann haben wir noch Perfect Saiyan, ist auch okay wenn ein Duke kommt und der Super Booth ist auch gut Also, würde mich jetzt nicht beklagen Und den, ist der auch in diesem Banner, der ist auch in einem anderen drin Dann haben wir noch den neuen SR Der Ultimate Gohan, der Tech Mit dem kann man die SRs von den Ultimate Gohans Farmen, äh was heißt Farmen, im Prinzip Patschen halt, eh ist egal Ich hatte eigentlich vor, nur drei Multis zu machen Ich glaub, mehr würde ich nicht machen Und für die Leute, wo Fragen würden, sollt ihr die da Summonen Als Free2Play Spieler Ähm, nur wenn ihr noch keine Kategorie Leader habt Ähm, falls ihr aber schon einen habt Also, wenn ihr das Super Soldier 4 Go Geto schon habt Dann, verzichtet auf den Banner Äh, der einzige Grund wäre Future Trunks gewesen Also, aber dafür gab's ja noch Endliche bessere Banner Und es kommen noch einige, also Joa, dann fangen wir mal an Ich tu das jetzt ganz anders aufnehmen Ich tu das mit, äh, Sci-Sync Aufnehmen Deswegen, es kann sein, dass die Qualität vom Spiel selbst jetzt nicht mehr so die geile ist, aber Ist mir lieber, als dass ich nochmal auf Nox das Ganze aufnehme Und ich dann wieder die, äh Die Gefahr habe, dass mein Account verschwindet Deswegen werde ich das jetzt erstmal so machen Ich werde auch noch ein besseres USB-Cabel holen, dass, ähm Der Port besser ist Aber eigentlich finde ich's nicht schlecht So, keine SSR-Animation bekommen bis jetzt Wir fangen an mit Scheiß Gohan Blöder Drache von Piccolo Tenshinhan Ne Der SSR-Dremember Oh, ich, 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 ich kriege nen Death Mode Rare Gohan Nochmal dieser Piss Gohan Ich glaube, ich krieg gleichs Kotzen Chiazu wohin und deine mutter wieso wieso wenn es einen charakter gab den ich nicht was der mir fällt gerade was auf sehr unprofessionell dass ich das jetzt in der aufnahme woche aber ich will ich will die maus nicht sehen die katzen so jetzt sind man die nicht mehr okay zwar kein deathmode aber wieso ragedrunk mann wird halt auf der satzbank liegen ist mir egal oder ich babbelin ich glaube ich babbelin wieder keine hundertprozentige animation fern ssr eh das läuft schon wieder so geil mein gott ich will nur eine von den beiden gohan oder schon im baum deine mutter das gibt's doch nicht das bohbobitsch tau bei bei du hure radieschen ja gohan danke bist der falsche noch mal komm komm das ist so ein witz ja dago war guter ding ich kann mich ich kriegs kotzen so mindestens kein deathmulti super und ich habe von diesen deppen die super attack gefangen ich leide gerade innerlich ich wollte nun ich will nur ein gohan oder janemba ist das so viel verlangt so piccolo also bukolo janemba wehe ist ein deathmulti und wehe ich krieg noch einmal diesen scheiß trunks janemba android 18 ok super buch ist mindestens ein neuer charakter c18 janemba oh man ich wollte noch nur ein nein wieso kann mir das mal erklären jetzt ohne shit nur aus protest habe ich jetzt noch einmal scheiß drauf das geht doch gar nicht ich will doch nur einen von den beiden bitte niemals nachmachen die leute in der vergangenheit wissen ich habe das schon zwei drei male gemacht und jedes mal habe ich bereut ich glaube diesmal werde ich es wieder bereuen geht auch mindestens in den dreifachen geht doch so jetzt mit gohan oder str janemba ist mir egal welcher von beiden mindestens einen great seaman nein wenn das ist mein ssr garantiert wegen den scheiß so dass ich schon drei verwandungen war dann treulich der zweite form bitte c16 gohan tau bei bei radieschen das war mein letzter ne mr satan ist mein letzter und gefütter der tricks charakter ja noch die beweglich in dem zu reingehen ne eigentlich ich echt noch die beweglich nicht in den bahn reingehen und das ist mich jetzt schon an was mache ich jetzt ich wolle nur den oder den ich mein schön dass ich den hier zweimal bekommen habe ich werde es bereuen ich werde es bereuen ich werde es bereuen ich weiß ich werde es bereuen 2 3 4 5 6 6 raumschiffe ich werde es bereuen ich weiß es ich werde es bereuen ich werde es bereuen ich werde es sowas von bereuen Leute, ich werde es bereuen. Ich sage es euch, Hashtag bereuen. Schon wieder dieser Drecks-Gohan. Wieso ist denn der eigentlich so oft drin? Achso, ja, das ist ein SR-gefeatured. Guido. Wie der. Gohan. Wieso, ich mache einfach jetzt die Augen so. Kein SR. Ein SSR. Der ist gut. Ich habe ihn zwar schon, aber der ist gut. Über den kann ich mich jetzt echt überhaupt nicht beschweren. Ich mag den. Ist aber nicht der, wo ich haben will. Aber ich batsche das jetzt durch. Ist mir egal. Ich kriege ihn ja eh wieder, keinen von diesem Charakter. Ach, leck mich doch am Arsch. Ne, das war es jetzt aber für das Video. Aber jetzt nur zu Protokoll. Ich hatte nicht einen Death-Multi. Das ist krass. Ähm. Ich habe wie viel Multis jetzt gemacht? Einmal den, einmal den, zwei in den, drei, nee. Ich habe 300 Steine gemacht, also habe ich viermal gesummelt. Nein, was glaube ich doch. Ein Multis, zwei Multis, drei Multis, vier Multis, fünf Multis. 250 Steine, ja, 250 Steine waren es. Hm. Hm. Wieso? Kann ich denn in den physischen reinpatschen? Jetzt mal ohne wird es, kann ich denn in den physischen reinpatschen? Ich batsche dann einfach in den physischen rein, dann. Ist mir auch egal. Äh. Die, 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 die. Ich mache das jetzt einfach, Leute. Ich mache das jetzt in dem Video. Ist mir egal. Ist mir echt bumms. Wo ist denn der physische? Wo ist der physische Drunks? Du da. Ich batsche dir jetzt einfach bei dem rein. Der wird mir zwar nie was bringen und, aber, wisst du, ist mir scheißegal. Fünf Prozent. Oh, dann muss ich ein Rerace. Oh. Ja, okay. Das mache ich, das mache ich auf jeden Fall noch, aber jetzt nicht in dem Video. Ich habe es natürlich gefallen. Ich werde jetzt noch ein Video machen über... Also, nicht wundern, ich werde das in der gleichen Location alles gleich direkt aufnehmen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich werde hier noch drei Moody's machen. Das Video sieht man dann einen Tag danach. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.